Ich heiße Tönja Wolf und ich wohne in München und da ich mich jetzt vorstellen möchte und weiß aber nicht, wie ich das mache, spiele ich einfach ein paar Szenen nach. So, jetzt kommt die erste Szene. Die erste Szene ist Wut. Mir ist jemand in mein Auto reingefahren und ich erkläre das dem Polizisten. Der Polizist ist da. Wie, wie, was habe ich hier gemacht? Ich habe einfach nur hier geparkt, ich wollte losfahren und der Feld fährt mir rein. Natürlich habe ich hingeguckt. Was denken Sie denn? Nein, der ist einfach weggefahren. Wer soll das jetzt Ganze bezahlen? Ich habe schon so kein Geld. So, meine nächste Szene ist Trauer. Trauer, weil meine beste Freundin hat mich enttäuscht. Ja, die Sibylle. Ich habe sie damals, als sie arbeitslos war, bei mir aufgenommen. Sie war für mich wie eine Schwester und dann hat sie einfach in mein Leben gedrängt und ich habe sie gerne gehabt und ich habe es nicht gemerkt, dass sie einfach mich belügt und betrügt. Und dass sie Geld gestohlen hat, dass sie mit meinem Mann geschlafen hat und jetzt hat sie mich auch noch bei meinem Arbeitgeber schlecht gemacht und jetzt habe ich auch gar keinen Job mehr. Und ich bin so wahnsinnig enttäuscht, weil ich diese Frau so vertraut habe und so gern gemocht habe. Und jetzt ist alles weg. Machen wir mal. Was soll ich denn machen? Mir fällt da nichts ein. Ja, dann kannst du den Schluss machen einfach. Wir können ja einen Cut machen. Ja, was soll ich denn noch machen? So, meine nächste Szene ist Freude. Ich habe eine Reise nach New York gewonnen und ich freue mich darüber. So, das geht so. Nein, nein. Ich habe die Reise, oh ich habe die Reise gewonnen. Ich kann nach New York fliegen. New York. Manaloblani, Sex and the City. Ich bin jetzt Carrie Bradshaw.